Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Hochzeitstipps, der Podcast für Menschen, die sich mit dem Thema Hochzeit beschäftigen. Hier gibt es Tipps, Ideen und Trends für deine Hochzeitsplanung und deinen Hochzeitstag. Und hier ist dein Experte, Daniel Contratio, der Hochzeitsfotograf. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hochzeitstipps. In dieser Folge habe ich wieder einen Interviewpartner an meiner Seite, und zwar die liebe Kira. Kira ist Videografin und wohnt in Düsseldorf. Schön, dass du da bist. Hallo Daniel. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke. Ja, dem Umständen entsprechend, ne? Ja. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen für den Zuhörer ein paar Worte über dich, über deine Firma, was du so machst, wie lange du das machst. Ja, ich heiße Kira Hollmann. Man kennt mich aber eh unter Kira Stein. Ja. Also ich habe selbst vor zwei Jahren geheiratet und seitdem heiße ich Hollmann. Ah ja. Aber man findet mich trotzdem im Internet unter Kira Stein, also unter www.kira-stein.de. Ja. Und auf Instagram findet man mich unter Videografin Düsseldorf. Sehr gut. Und ja, mit der Videografie habe ich 2016 angefangen. Und von Beruf bin ich eigentlich Biologin, aber ich würde sagen, dass diese Neigung zur Fotografie und Videografie schon immer da war bei mir. Und als Kind habe ich mir super gerne Filme von der Natur angeschaut, über die Vögel, über die Fische und so weiter. Sie haben mich wirklich fasziniert. Ja. Und dann, als ich Erwachsene wurde und mir einen Studiengang aussuchen musste, habe ich mir gedacht, okay, wenn mich jetzt mal diese Filme über die Natur faszinieren, dann muss ich Biologie studieren. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Und in der Zwischenzeit habe ich super gerne fotografiert. Also ich hatte eine gute Kamera und habe mich immer gefragt, okay, warum sieht jetzt mal diese Blume auf diesem Foto so schön aus mit so einem unscharfen Hintergrund? Und warum auf meinem Foto ist alles scharf? Keine Ahnung. Ich wollte wirklich verstehen, warum ein Foto besser aussieht als das andere. Und ich habe auch viel dazugelernt und dann so Shootings mit Freunden gemacht. Und das hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und dann war ich am Ende mit meinem Biologiestudium fertig und musste mich dann entscheiden, was ich machen möchte. Und da habe ich ja schon mal richtig viel und eigentlich gut fotografiert. Und ich habe es schon mal mir überlegt, ob ich die Fotografie zum Beruf machen möchte. Und dann habe ich dann auf meiner Kamera den Videoknopf entwickelt. Ja. Und ich war im Urlaub und habe da in Urlaub einfach einige Videosequenzen aufgenommen. Und ich fand das einfach so schön. Ich habe dann einfach gelernt, wie man das zusammenschneidet. Und das Ergebnis war einfach so toll. Und auch durch dieses Spielen mit der Musik und mit den Geräuschen hat es mir einfach so viel Spaß gemacht. Und ich dachte, Videos sind doch etwas mehr als Fotos. Ja, ja. Die fand ich einfach schöner und spannender. Obwohl ich Fotos immer noch liebe, aber Videos sind da einfach irgendwie vielfältiger, komplizierter. Und da habe ich gemerkt, dass es mir auch Spaß macht. Und tatsächlich, dass Video mir vielleicht etwas mehr Spaß macht als Fotos. Und Videos waren auch komplizierter. Und ich bin so ein Mensch, der da nicht den einfachsten Weg nimmt, sondern wirklich. Es ist auch schön, wenn es dich so ein bisschen überfordert. Und das war auch mit den Videos so. Und dann war ich irgendwann als Gast auf eine Hochzeit eingeladen. Und ich hatte meine Kamera dabei. Also ich war diejenige, die da neben dem Fotografen auch noch was Eigenes macht. Jetzt weiß ich, dass es jetzt mal nicht bestimmt gemacht werden muss. Aber ich habe da nicht gestört. Bei der Trauung war ich dann nicht vorne dabei. Ja, ja. Und sie hatten einen Fotografen und keinen Videografen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich mache jetzt mal ein paar Videosequenzen. Und die habe ich dann auch aufgenommen und zu Hause dann zusammengeschnitten. Ja. Und das fand ich so schön. Das war so romantisch. Ich glaube, das Video war so um die 20 Minuten lang. Und dann haben wir dieses Video mitgenommen und sind dann zu unseren Freunden gefahren und alles zusammen angeschaut. Und das war so schön. Das war richtig ein schönes Gefühl der Erfüllung, weil sie sich so drauf gefreut haben. Und sie haben geweint und gelacht. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, das ist etwas, ich habe jetzt mal diese Menschen durch mein Produkt, also ich habe es selbst in meinen Händen gemacht und den beiden gezeigt. Und sie freuen sich wirklich. Ja, schön. Ich habe sie auch glücklich gemacht, weil früher habe ich so in Büros gearbeitet, so mit Papierkram. Und das ist halt, man arbeitet und macht kein Produkt und macht auch keine Menschen damit glücklich. Und vielleicht sind das nur diese zwei Menschen gewesen, aber sie waren richtig glücklich. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich das doch zu meinem Beruf. Und dann, ja, habe ich mir ein Jahr genommen und habe gedacht, okay, da war ich gerade mit dem Biologiestudium fertig und habe gedacht, okay, ich nehme mir ein Jahr und probiere es mal aus, ob es mir gefällt. Weil eine Sache ist, wenn du das als Hobby machst und eine andere Sache, wenn du das beruflich machst, weil du mit Kunden zu tun hast, du musst ja auch glücklich machen, du musst auch ein Top-Produkt liefern. Und das bringt auch einen gewissen Stress mit sich mit. Und ja, mein Freund oder mein Mann hat mich damals unterstützt und ich habe mich dann auch sofort hauptberuflich selbstständig gemacht. Und so fing es an. Genau. Und jetzt mache ich das seit, ja, fünf Jahren. Also 2016 habe ich angefangen. Das ist jetzt mal die fünfte Saison gerade. Ah, okay. Ja, schön. Hört sich echt toll an. Wir haben uns ja das erste Mal gesehen auf einem Hochzeitstreff in Düsseldorf. Ja. Fand ich auch schon sehr, sehr inspirierend, wie du mir davon erzählt hast und so alles. Voll schön. Und dann dachte ich mir, ach, ich muss doch mal mit der Kira ein Interview machen. Die hat bestimmt den einen oder anderen tollen Tipp für das Brautpaar, was Videos angeht. Ja, bestimmt. Und was waren so deine letzten Projekte, die du gemacht hast? Was macht dir am meisten Spaß davon? Also kannst du das so irgendwie sagen? Irgendwie in welche Richtung oder so? Ja, also ich mache unterschiedliche Videos. Nicht nur Hochzeitsvideos, sondern auch Imagefilme, Eventvideos, Musikvideos. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich ein Musikvideo gedreht. Das war auch ganz schön für einen deutschen Rapper. Und das war richtig schön. Oder ich arbeite auch gerne mit Künstlern zusammen. Zum Beispiel nächste Woche drehe ich einen Film, so ein Video für einen Tänzer. Also das wird so ein Tanzvideo. Und ja, so kreative Projekte finde ich immer schön und freue mich immer drauf, mit kreativen Menschen zusammen zu arbeiten. Und im Sommer drehe ich natürlich viele Hochzeitsvideos. Das ist halt die Hauptsaison für Hochzeiten. Die machen mir auch Spaß. Also so Imagefilme und Hochzeitsvideos sind unterschiedlich. Bei Imagevideos gefällt mir, dass ich da auch mitdenken kann. Und dass ich da den Unternehmern auch helfen kann durch meine Arbeit. Und bei Hochzeiten, ja, gefällt mir einfach die Emotion. Bei Hochzeiten ist ja schon mal alles da. Und ich muss das in der besten Weise zeigen. Und das ist was ganz anderes. Ja, richtig. Und ja, ich finde beides schön. Also das sind so zwei unterschiedliche Richtungen und die machen mir beides Spaß. Ja, schön. Wir bleiben ja mal bei den Hochzeitsfilmen. Siehst du da, also ich habe schon ganz oft gehört, ja, von Brautpaaren, dass Videos immer gefragter werden, dass also Fotos immer so mehr außen vor gelassen werden. Also wie siehst du das? Also wünschen sich Brautpaare mehr Hochzeitsfilme als Hochzeitsfotos? Ich würde sagen, dass Hochzeitsvideos auf jeden Fall gefragter werden. Das sehe ich auch dadurch, wie viele Anfragen ich bekomme jedes Jahr. Also es kommt bestimmt nicht dadurch, dass ich da irgendwie bekannter werde oder so, sondern wirklich, das werden so hunderte und hunderte mehr jedes Jahr. Das Problem war, als ich angefangen habe, dass in Deutschland kaum jemand noch wusste, dass Hochzeitsvideos überhaupt gibt als Dienstleistung. Da hat sich jemand einfach einen Fotografen genommen, aber die meisten Menschen wussten überhaupt nicht, dass man sich so ein tolles Video von der Hochzeit machen lassen kann. Und das war auch das Problem. Also ich weiß nicht, warum es in Deutschland so ist. Und weil in vielen anderen Ländern ist das so, dass ein Hochzeitsvideo auch ein Muss ist. Genau. Oder halt bestimmt wissen alle davon. Und ich habe auch mal auf Instagram eine Umfrage gemacht und gefragt, ob die Menschen von Hochzeitsvideos überhaupt wussten, bevor sie sich meine Videos angeschaut haben oder mich auf Instagram entdeckt haben. Und die meisten haben tatsächlich geantwortet, dass sie nichts davon wussten. Und einige haben noch geschrieben, dass ihre Eltern eigentlich Hochzeitsvideos haben, aber das ist so eine andere Art von Videos, wo da so ein älterer Mann mit einer Schulterkamera kommt und acht Stunden lang durchfilmt und dann die Kassete einfach weitergibt direkt am Abend und dann schaut sich auch keiner diese Videos an. Und heutzutage geht ja die Zeit einfach schneller und wir sind dynamischer und man schaut sich einfach diese Videos nicht mehr an und man möchte das auch nicht mehr haben. Ich glaube, da ist ja diese Zeit einfach, da war so eine Generation dazwischen, die diese langen Videos nicht mehr haben wollte und diese kurzen Videos noch nicht da waren. Und deswegen sind diese Videos einfach irgendwie in Deutschland ausgefallen. Und dann wusste einfach keiner mehr, dass es so etwas Neues auf dem Markt gibt. Und genau, ich freue mich jetzt mal wirklich, dass durch YouTube und andere Social Media das jetzt mal wirklich bekannter wird und dass ich jetzt mal auch viel mehr Anfragen bekomme, sodass Menschen generell schon mal das gesehen haben und sich das eigentlich wünschen. Das ist natürlich halt immer die Kostenfrage, ob man das sich leisten kann oder ob es einem wert ist. Aber auf jeden Fall, die Tendenz ist da, dass man sich eigentlich ein Video wünscht. Ob Videos jetzt mal Fotos ersetzen kann, kann ich dann nicht so sagen. Also ich denke ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube Fotos ja werden so klassisch da bleiben, weil man möchte auch so ein schönes Foto ausdrucken können und auch die Wand hängen können oder eine Postkarte ausdrücken. Das wird immer bei Fotos bleiben, es sei denn, es kommen Kameras raus, die so eine tolle, richtig gute Qualität haben, sodass man da aus Videos auch Fotos rausziehen kann und dann ausdrucken kann. Aber ich würde eh sagen eh nicht, weil bei Videos bewegt man sich und dann sieht man so eine kleine Bewegung, die sind dann halt nicht so scharf wie Fotos. Wenn du dich entscheiden müsstest? Entweder Foto oder Video. Also von deiner eigenen Hochzeit? Ich habe nur Fotos von meiner Hochzeit, weil ich es mir einfach nicht leisten konnte, beides zu buchen. Und jetzt, so wenn du nochmal heiraten würdest? Würdest du eher diesmal zum Video tendieren? Ich würde ein Video nehmen und ein Brautpaar-Shooting. Ja. Genau, weil von meiner Hochzeit muss ich sagen, ich schaue mir wirklich nur die Fotos vom Brautpaar-Shooting an. Und wenn man schon mal ein Video hat als Reportage vom ganzen Tag, ist das, ja, man schaut sich dann auch nicht unbedingt die Fotos von der Feier zum Beispiel an, weil ich finde wirklich, dass Videos diese Feier viel besser rüberbringen als Fotos. Aber das ist auf jeden Fall immer eine Geschmackssache. Es gibt Menschen, die sich auch super gerne Fotos anschauen, stundenlang und da jedes Detail einfach anschauen. Und es gibt auch Leute, die da so mehr Emotionen haben wollen und dann kommt auch das Video. Aber wenn wir über die Zukunft reden, würde ich eh sagen, wir werden alle durch künstliche Intelligenz ersetzt und dann wird man einfach eine Kirche von allen möglichen Seiten, einfach von allen Kameras aufnehmen und dann zieht man sich so eine WA-Brille an und kann dann durch dieses Video einfach gehen und sich auch da daneben setzen und sich die ganze Trauung anschauen und einfach durch die Reihen gehen. Also ich würde mir die Zukunft eh so vorstellen. Irgendwie ist da was dran, ja. Ja, super, danke schön für deine Antworten. Vielleicht noch eine Frage so für die Paare, also wieso, wenn du denen so einen Tipp mitgeben würdest, wieso sollten sich Paare einen Videografen holen mit auf die Hochzeit? Wieso sollten die einen Hochzeitsfilm von sich machen lassen? Was sind die Vorteile? Wieso sind deiner Meinung nach Hochzeitsvideos so wichtig? Ja, ich muss hier leider schon mal Videos mit Fotos wieder vergleichen. Ich habe ja jetzt mal nichts gegen Fotografen. Ich empfehle meinen Brautpaaren wirklich immer einen Videografen und einen Fotografen für den ganzen Tag zu buchen, weil es halt, da sind zwei unterschiedliche Sachen und am besten hat man dann beides. Ja. Aber wenn ich Videos mit Fotos vergleiche, sind Videos einfach viel emotionaler. Da kommt auch die Musik rein. Ja, richtig. Und dadurch wirken sie auch, ja, einfach haben eine größere Wirkung auf die Person. Finde ich auch. Und auch, ja, wenn man auch Fotos nimmt, eine Diashow raus macht mit Musik, dann ist das schon mal viel emotionaler, als sich einfach nur Fotos anzuschauen, weil die Musik macht das. Gebe ich dir recht. Und dann, warum Videos auch noch schöner sind als Fotos oder halt mehr Inhalt haben, weil man da auch Tonaufnahmen mit reinbringt. Und das ist das, was Videos von Fotos am meisten unterscheidet. Das ist nicht nur einfach ein stilles Bild gegen ein bewegt Bild, sondern auch der Ton. Also wenn das bestimmt zum Beispiel ein Freitrauen ist und da das Brautpaar gibt, sich ein Eheversprechen oder auch beim Getting Ready, da sagt die Mama so schöne Worte. Ja, richtig. Oh, wie schön siehst du aus. Das sind, diese Worte sind so kostbar. Das ist wirklich das, was uns so wichtig ist. Wenn wir uns an die schönsten Situationen in unserem Leben erinnern mit Menschen, dann denken wir immer an das, was man uns gesagt hat. Und das ist das, was Videos auch so schön macht. Also ich habe jetzt mal Gänsehaut. Ich würde gerade sagen, hör auch weiter zu erzählen, weil nach der Podcast-Folge habe ich keine Buchungen mehr, nur noch dich. Nein, nein, beides. Genau, und das ist halt der Ton, der aufgenommen wird und dieser Ton, diese Worte sind so wichtig und an die erinnert man sich auch so gerne. Und also ich habe ja 2016 angefangen und viele Brautpaare von mir haben jetzt Kinder, die so drei, vier Jahre alt sind. Und ich kriege tatsächlich Meldungen jetzt von diesen Brautpaaren, die sagen, unsere Tochter möchte sich dieses Video jeden Tag anschauen. Sie sagt immer, zeig mal, zeig mal. Und ja, sag mal, hast du, Daniel, hast du ein Video von deinen Eltern, von deiner Hochzeit? Nein. Würdest du es dir gerne anschauen? Ja, klar. Wie deine Eltern auch seien, als sie jung waren, als sie geheiratet haben. Also Fotos hat jeder, aber ich glaube, wenn man sich so denkt, ich würde jetzt mal meine Eltern jung bei der Hochzeit so gerne sehen, wie sie sich bewegt haben, wie sie gesprochen haben, die Stimmen hören einfach. Das stimmt. Das ist halt richtig, richtig schön und das ist das, was auch wirklich für die Erinnerung bleibt, wo die Menschen auch lebendig bleiben, wo man sie auch in 10, 20, 30, 40 Jahren auch so lebendig spüren, sehen kann und sich wirklich dann in diese Situation nochmal versetzen. Ja, schön. Das finde ich schön an Videos. Toll. Wie lange, also wenn ich mich jetzt entscheide, einen Videografen zu buchen, wie lange, was würdest du da sagen, wie lange im Vorfeld muss man einen Videografen buchen? Ja, ich arbeite nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip. Also der Erste, der gekommen ist, fragt einfach nach dem Termin, wenn der Termin frei ist, wenn wir gut zusammen klarkommen, wenn wir uns gut unsere Zusammenarbeit vorstellen können, dann werde ich gebucht und ja, normalerweise ist es so, ich würde sagen, ein Jahr im Voraus. Wenn ihr an einem Termin heiratet, an einem Termin, der auch gefragt ist, also es gibt so bestimmte Tage, dieses Jahr ist das zum Beispiel der 6.6. und nächstes Jahr ist das der 7.8. Zum Beispiel für den Termin 7.8. wurde ich schon jetzt mal eineinhalb Jahre im Voraus gebucht und ich bekomme auch jede Woche zwei Anfragen für den gleichen Tag. Also wenn ihr da wirklich so einen Tag auswählt, dann am besten früher und es kann aber immer noch passieren, dass ich zwei Wochen im Voraus angefragt werde und der Termin ist noch frei. Also es kann auch passieren, dass einen Samstag im Sommer oder einige Samstage im Sommer noch frei bleiben und dann kann man auch immer anfragen und den Termin auch frei bekommen und halt auch anfragen. Ja, bei mir ist das genauso. Also auch ein bis zwei Jahre würde ich schon empfehlen an besonderen Tagen. Ja. Ja, super. Wenn sich jetzt ein Pärchen bei dir meldet, hast du da auch, also legst du da auch auf bestimmte Dinge? Sollen die irgendwas Bestimmtes mit in die Mail reinschreiben? Ist dir da irgendwas wichtig, wenn später das Gespräch da ist? Also hast du da eine, also wie arbeitest du da? Für mich macht es keinen Unterschied, wer mich anschreibt. Also für mich ist nur wichtig, dass der Termin noch frei ist und dass wir uns einfach verstehen und dass das Brautpaar mich buchen möchte. Ja. Ansonsten ist mir egal, welche Stilrichtung die Hochzeit ist, ob das eine kirchliche oder standesamtliche oder eine freie Trauung ist, ist das, das ist alles für mich nicht wichtig. Also die Hauptsache, der Termin ist frei und es ist auch gut, wenn ich dann weiß, in welcher Stadt die Trauung stattfindet, damit ich auch besser planen kann. Weil manchmal arbeite ich zwei Tage nacheinander, so an einem Freitag bin ich zum Beispiel schon gebucht und dann bekomme ich eine Anfrage für den Samstag. Und wenn ich am Freitag eine Trauung in Düsseldorf habe und am Samstag kriege ich eine Anfrage irgendwo in Berlin, da kann ich natürlich nicht anreisen. Ja, richtig. Deswegen ist es dann ganz gut, einfach den Termin zu nennen und die Stadt und der Rest ergibt sich dann. Beim Vorgespräch werden wir dann einfach alles klären, die ganzen Fragen beantworten. Also machst du auch Vorgespräche dann mit dem Paar? Ist das richtig bei dir? Auf jeden Fall. Ich finde Vorgespräche sehr wichtig. Ich mache sogar zwei Vorgespräche. Also ich treffe mich mit jedem Brautpaar einmal vor der Buchung, also so, dass wir uns kennenlernen. Am besten persönlich, wenn wir so aus dem gleichen Umkreis kommen. Jetzt in der Corona-Zeit ist es halt schwierig, deswegen treffen wir uns über ein Video-Chart, über ein WhatsApp mit Video oder über Skype. Für mich ist auf jeden Fall wichtig, dass beide Leute da sind, sowohl die Braut als auch der Bräutigam und dass wir uns auch sehen. Ja, richtig. Und beim ersten Vorgespräch ist das so, dass, ja, ich möchte meine Brautpaare einfach kennenlernen, weil ich bin an diesem Tag, den ganzen Tag dabei. Und ich möchte, dass die Brautpaare sich auch mit mir wohlfühlen und sich auch auf mich verlassen wollen. Weil ich möchte, dass sie sich auch auf mich freuen, dass sie mich einfach als Person gerne sehen wollen. Und das ist mir wichtig. Und dann, ja, klären wir beim ersten Vorgespräch einfach, was das Brautpaar sich wünscht, welches Paket vielleicht dem Brautpaar am besten passt, woran legen sie Wert und generell, welche Wünsche und Vorstellungen sie haben. Und danach unterschreiben wir dann einen Vertrag und treffen wir uns dann nochmal, so kurz vor der Hochzeit, einen Monat oder zwei Wochen vor der Hochzeit, damit wir dann auch den Ablauf genau durchgehen können. Ich möchte da auch wissen, was da passiert, weil ein Jahr oder eineinhalb Jahre im Voraus weiß man da nicht so genau, wie was abläuft. Ja, richtig. Und dann gebe ich auch viele Tipps einfach zur Vorbereitung. Also sowohl beim ersten Gespräch als auch beim zweiten, weil beim ersten Gespräch zum Beispiel kann ich Tipps geben, wie man das so am besten organisiert, weil ich war schon auf vielen Hochzeiten und kann da so ein paar Tipps geben. Ja, das können wir ja am besten, wir haben ja die Erfahrung. Genau, wir haben die Erfahrung, wir haben schon so viel gesehen und auch so Probleme gesehen, die es geben kann. Ja, richtig. Und dann beim zweiten Gespräch gebe ich dann so kleinere Tipps zum Ablauf. Ja, gut. Zum Beispiel passiert es oft, dass die Braut da bei den Glückwünschen mit dem Schleier steht und das immer an dem Schleier gezogen wird. Ja, richtig. Und das zerstört auch die Frisur und es tut auch weh und die Braut weiß nicht, was sie damit machen kann. Und die Gäste kommen und kommen und kommen und ziehen die ganze Zeit an dem Schleier. Ja, genau. Dann sage ich beim Vorgespräch auch, falls die Braut da den Schleier trägt, soll sie den Schleier einfach auf die Schulter legen, wenn das passiert. Und das ist so einfach und die Bräute kommen einfach nicht drauf, weil sie da selbst einfach überfordert sind. Ja, genau. Und dann sind sie mir so dankbar. Dann wird zum ersten Mal an dem Schleier gezogen und dann denkt sie sofort daran, legt sich den Schleier auf die Schulter und dann hat sie kein Problem mehr. Also solche kleine Sachen einfach so zum Ablauf oder halt, ja, das, was die Hochzeit an sich schöner macht und was den Ablauf auch erleichtert. Und genau, das gehen wir dann alles durch, damit wir uns auch erinnern können an uns gegenseitig. Ich habe ja schon mal lange nicht gesehen und genau, das finde ich super wichtig. Ich finde das auch super wichtig. Also ich denke mal so, ja, die Person muss halt auch einen gefallen. Also das ist schon super, super wichtig, dass man auch die Sympathie da ist, wenn man auch so eine Hochzeit den ganzen Tag begleitet. Genau, weil das muss, halt die Atmosphäre muss auch locker bleiben und manchmal muss ich da auch blöde Witze machen, damit das Brautpaar sich so ein bisschen lockert. Und ich muss da auch wissen, dass sie mich nicht zum ersten Mal sehen, dass sie schon mal meine Witze gehört haben und gut akzeptiert haben und wissen, dass es halt einfach dafür da ist, dass ich halt möchte, dass sie jetzt mal lächeln. Und nicht, weil ich hier irgendwie, ja, einfach blöde Witze mache, einfach so, dass sie sich nicht irgendwie beleidigt fühlen oder so, damit man einfach gut kommunizieren kann und sich auch darauf freuen kann und da auf der sicheren Seite bleibt und freundlich zueinander ist. Ja, bei mir ist es noch ein bisschen einfacher. Ich mache jetzt auch noch Kennenlern-Shootings mit den Paaren im Vorfeld, so mal 20 Minuten ein paar Fotos machen, weil dann lernt man sich auch ein bisschen besser kennen. Also super, super wichtig. Also falls ihr da ein Gespräch haben solltet, beziehungsweise einen Fotografen, Videografen suchen solltet, dann ist das schon super, super wichtig, dass ihr ein Vorgespräch macht. Genau. Hast du den ein oder anderen Tipp für das Brautpaar, was sie beim Vorgespräch so fragen sollten? Ja, auf jeden Fall. Ich werde jetzt mal ein paar Fragen ansprechen, die jetzt vielleicht nicht so normal sind, sonst wirklich das, was man eigentlich, woran man nicht denkt. Ja. Die erste Frage ist generell die Arbeitsweise, weil die Arbeitsweise siehst du ja im Vorfeld nicht. Deswegen könnte man danach fragen, ob man da viele gestellten Sachen macht oder eher, dass es eher so locker und ungestellt bleibt. Das Problem ist, ich habe von einigen Leuten gehört, dass sie sich überhaupt keinen Videografen zur Hochzeit wünschen, weil sie schon eine schlechte Erfahrung mit anderen Videografen auf Hochzeiten von Freunden gemacht haben. Zum Beispiel gibt es große Teams. Vielleicht klingt das erstmal toll, wenn da fünf Videografen dabei sind. Ja, hatte ich auch schon erlebt. Aber wenn da, hast du? Ja, mit vier Leuten waren sie da unterwegs, da hatte ich keine Chance, da irgendwie Fotos zu machen. Genau. Jeder stand an einer Ecke, einer mit dem Roboterarm, einmal mit dem Stativ, einer mit dem Gleitcamper. Oh mein Gott, da habe ich mir nur... Ja, das meine ich. Genau. Also das habe ich selbst nicht erlebt, aber auch von anderen Fotografen auch zum Beispiel gehört oder von Menschen. Das klingt vielleicht für Kunden erstmal toll. Oh, da kommen so viele Leute, sie werden uns bestimmt von anderen, von unterschiedlichen Blickwinkeln filmen und so weiter. Wir kriegen da ein tolles Video. Aber eigentlich erschwert das die Arbeit dem Fotografen. Also entweder können das wirklich so vier, fünf Menschen sein oder auch Stative. Da stellen sie auch nur fünf Stative dazu auf. Und man kriegt dann keine guten Fotos, weil überall Stative oder andere Videografen auf den Fotos sind. Ja, richtig. Oder auch, man fühlt sich auch beobachtet. Man möchte ja auch diesen Moment genießen. Und wenn da auch Kameras von unterschiedlichen Ecken auf euch zuschauen, ist das auch nicht so schön. Das ist kein schönes Gefühl. So sieht es aus. Würde ich auch nicht gerne haben wollen. Genau. Und deswegen, wenn ihr das schon mal erlebt habt, muss das so nicht sein. Ich finde das nicht gut. Ich mache es selber. Also ich arbeite wirklich mit einer Kamera. Die Kamera steht auf so einem Schwebestativ, auf einem Gimbal. Und dadurch bin ich flexibel. Ich kann schnell von einer Ecke in die andere gehen. Ich kann alles mitkriegen. Ich muss da keine Stative mit mir mitnehmen. Ich kann mit meinem Gimbal und meiner einen Kamera so viele Aufnahmen machen, sodass es so aussieht, als hätten es fünf Personen gemacht. Also ich werde tatsächlich gefragt, dann glauben wir nicht, dass meine Videos einfach nur von mir alleine erstellt wurden, nur mit einer Kamera. Und deswegen würde ich da einfach mal fragen, wie man das macht. Das war das Erste zur Arbeitsweise. Ja, sehr gut. Das Zweite zur Arbeitsweise ist, genau, ich habe von einem Brautpaar gehört, dass sie auf einer Hochzeit erlebt haben, dass das Brautpaar an der Location mit dem Auto, mit dem Hochzeitsauto, fünfmal anreisen musste. Ach ja. Oder sogar mehr, bis sie die perfekte Aufnahme gemacht haben. Ja, ja, richtig. Das habe ich auch schon oft erlebt. Beim Getting Ready zum Beispiel, dass die Braut sich auch nochmal einmal ausziehen musste und wieder anziehen, ausziehen. Also das weiß ich nicht. Ja, das muss so nicht sein. Ich würde sagen, wir haben ja alle Spaß an dieser Arbeit. Weil wir möchten ja auch schöne Videos machen, aber manche Videografen verwechseln dann eine Hochzeit mit einem Filmdreh. Sie müssen da keine Regie führen. Also ich finde es, dass diese Feier gehört euch und wir sind dafür da, um es so zu zeigen, wie ihr es euch vorgestellt habt und nicht wie wir es uns irgendwie in unserem Kopf ausgedacht haben. Ja. Und eigentlich ist ein Profi-Videograf mit Erfahrung, der kann schon mal alles vom ersten Mal hinkriegen. Ja, ja. Bei mir ist das so, da muss keiner irgendwas wiederholen. Und wenn da irgendwie eine kleine Aufnahme nicht in der Kiste ist, dann ist es auch egal, dann ist es dann doch nicht so wichtig. Ich finde es wichtiger, dass man sich da unbeobachtet fühlt, frei fühlt und ein tolles Ergebnis bekommt, statt irgendwie wirklich sich wie auf einem Filmdreh zu fühlen. Ja, vielleicht noch wichtig gesagt, ich hatte auch glaube ich mal, da waren drei Kameraleute mit dabei und wir waren gerade beim Getting Ready. Und dann hat der Videograf zu mir gesagt, ich soll erstmal mit den Fotos anfangen und wenn ich fertig bin, macht er dann weiter. Dann habe ich mir gedacht, wie stellt denn der sich was vor? Und der hat alles komplett nochmal wiederholen lassen. Nein, also das mache ich auf keinen Fall. Ich finde, das Brautpaar muss sich da nicht zweimal anziehen. Also man macht das wirklich, also ich schreibe auch Fotografen im Vorfeld an und wir sprechen uns auch ab bei den wichtigsten Momenten bei der Kirche, bei der Trauung, zum Beispiel beim Einzug in die Kirche oder zu der freien Trauung, wo wir stehen, sodass wir uns nicht in die Quere kommen. Deswegen finde ich es auch schön, wenn da nur ein Fotograf dabei ist und ein Videograf, dann ist es viel einfacher zusammenzuarbeiten. Da kann man drauf achten. Genau, genau. Was ich noch zur Arbeitsweise sagen wollte, ist, ihr solltet fragen, wie nah an euch der Videograf bei der Trauung zum Beispiel steht. Weil ich habe auch Fotos schon mal gesehen von Fotografen, wo der Videograf mit einem Weitwinkelobjektiv oder so bei einer Trauung in der Kirche direkt so einen Meter mit dem Stativ auch vor dem Brautpaar stand. Die ganze Zeit, die ganze Trauung. Nervig. Und das muss auch so nicht sein. Das ist nicht gut. Also ich glaube, so ein guter Hochzeitsdienstleister muss auch verstehen, dass er wenig Aufmerksamkeit auf sich wecken soll. Und am besten einfach flexibel mit einem Gimbal oder mit einem Einbeinstativ oder so unterwegs sein und mit einem Zoom-Objektiv vor allem. Ich arbeite bei Trauung mit einem Zoom-Objektiv, sodass ich da irgendwo in einer Ecke stehen kann und dann trotzdem einzelne Gesichter filmen kann. Und dann hat der Fotograf auch die Möglichkeit, alles zu fotografieren, wie er möchte. Und ich habe auch meine Möglichkeit, alles zu filmen, ohne dass ich Aufmerksamkeit wecke. Und ohne, dass die Menschen mich da bemerken und zu mir gucken, sondern sie sitzen da und wirken ganz natürlich und müssen da auch nichts einstellen. Super. Genau. Also die Arbeitsweise ist sehr, sehr wichtig. Das Zweite, was ich auf jeden Fall beim Vorgespräch ansprechen würde, sind Tonaufnahmen. Weil, ja, ich finde es sehr, sehr schade, wenn es Hochzeitsvideos ohne Tonaufnahmen gibt. Weil, wie ich schon mal erwähnt habe, finde ich es super wichtig, dass es Tonaufnahmen gibt. Und das ist eigentlich das, was ein Video viel hochwertiger macht und viel persönlicher. Also deswegen, das ist ja auch eine Geschmackssache bei, ich hatte ein Brautpaar, das gesagt hat, nein, wir wollen da keine Tonaufnahmen haben. Aber Ehe war das dadurch, dass sie auch bei anderen Hochzeitsvideos auch viel Rauschen bei Tonaufnahmen gehört haben. Ich habe dann versprochen, dass es bei mir kein Rauschen geben wird, aber sie wollten das trotzdem nicht. Ist halt eine Geschmackssache. Aber eigentlich, finde ich, wenn man so ein Eheversprechen gegenseitig vorliest, ist es auch ganz schön, dass das Eheversprechen auch im Video drin ist. Wie läuft denn das da ab? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Weil du gibst den Mikro an die Kleidung oder hast du ein Redmikrofon? Wie läuft das Ganze ab? Ich gebe dem Bräutigam so ein Ansteckmikrofon. Das versteckt man so hinter den Ansteckblumen. Das merkt man gar nicht. Das ist so eine Quelle. Und dann habe ich die zweite Quelle. Es gibt so ein Tonaufnahmegerät. Und das Gerät kann man dann beim DJ zum Beispiel beim Mischpult anschließen. Damit man die Reden auch direkt vom Mischpult vom Mikrofon aufnehmen kann. Und bekommt das als eine saubere, schöne Tonspur. Und genau das macht man auch bei einer freien Trauung zum Beispiel, wo man sich dann entweder beim Redner oder beim Sänger anschließen kann. Also, es hängt davon ab, wo das Mikrofon angeschlossen ist. Und dann bekommt man den Ton auch direkt vom Mikrofon. Aber das stört ja. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das nicht stört dann, wenn das so hinter dem Anstecker ist und so alles. Nein, das stört nicht. Das sieht man nicht. Und so ein Tonaufnahmegerät ist ja was Separates. Es wird ja bei einer freien Trauung ins Mikrofon geredet, gesprochen. Und sowohl der Redner spricht ins Mikrofon, als auch dann das Eheversprechen wird ja auch ins Mikrofon gesagt. Und so ein externes Mikrofon und den Ton bekommt man dann auch. Aber so ein Ansteckmikro gebe ich trotzdem zur Sicherheit. Weil manchmal sagt man zum Beispiel das Ja-Wort ohne Mikro. Das Brautpaar bekommt das Mikro dann nicht, um Ja zu sagen. Und dann hat man das nicht. Und ich möchte das auch aufnehmen. Und deswegen ist das Ansteckmikro auch zur Sicherheit auch da. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall fragen, wie euer Videograf dann diese Tonaufnahmen macht. Und ob überhaupt. Weil wenn euer Videograf den Ton nur mit der Kamera aufnehmen möchte, könntet ihr da erwarten, dass der Ton auch nicht sauber wird. Dass da auch viele externe Geräusche mit reinkommen. Und auch viel rauschen. Und das ist auf jeden Fall nicht schön. Ja, das stimmt. Genau. Der nächste Punkt ist die Erfahrung. Das finde ich auch super wichtig. Also ob man das beruflich macht, ob man das schon mal mehrmals gemacht hat. Also ich muss jetzt mal, ich möchte nicht sagen, dass man bestimmt schon mal so zehn Jahre lang das machen muss. Aber mindestens fünf Hochzeiten müsste man dann schon mal aufgenommen haben. Also schon mal mit Hochzeitsvideos was zu tun hatte. Weil es passiert ab und zu, dass man da so in der Familie, jetzt haben wir alle Kameras, dass man in der Familie so einen Freund hat, der da schöne Urlaubsvideos macht. Finger weglassen. Genau. Das Problem bei Urlaubsvideos zum Beispiel ist, dass im Urlaub ist ja immer alles hell und schön, aber Hochzeiten passieren ja auch meistens im Dunkeln. Beim ersten Eröffnungstanz, bei der Party, auch da im Saal und auch manchmal in düsteren Kirchen gibt es das Problem, dass es einfach zu dunkel ist für normale Kameras. Und wenn man auch im Urlaub mit dieser Kamera schöne Videos machen kann, heißt das nicht, dass man auch den Eröffnungstanz damit aufnehmen kann. Das ist genau mit Fotografen genauso. Er braucht da so einen Blitz, damit man das sehen kann. Oder eine Kamera, die auch so im Dunkeln super gute Aufnahmen machen kann. Und es gibt nur wenige Kameras, die das überhaupt können, sodass man im Dunkeln filmen kann. So sieht es aus. Und das ist sehr, sehr selten. Und dann, es passiert auch oft, dass wenn man so einen Freund nimmt oder einen Videografen, der das gerne als Hobby macht, dass diese Menschen, vielleicht können sie das auch gut, aber sie, ähm, das ist nicht ihre Einnahmequelle. Und es passiert ab und zu, dass diese Leute auch Hochzeiten absagen. Zum Beispiel, ähm, wenn sie das auch zu günstig anbieten, kann es passieren, dass sie dann eine Anfrage für das gleiche Datum bekommen, für mehr Geld. Und dann sagen sie einfach ab. Und jedes Jahr muss ich wirklich ein, zwei Hochzeiten begleiten, die dann kurzfristig abgesagt wurden von diesen Menschen. Und wenn ihr euch da sicher sein möchtet, dass euer Videograf auch bei euch bleibt, seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr einen Profi bucht, der wirklich damit Geld verdient, dann, egal welches Paket ihr auswählt, auch wenn nur das kleinste, könnt ihr euch sicher sein, dass euer Profi auch bei euch bleibt. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und, ähm, ja, was noch eine Besprechung wert ist, finde ich die Korrekturen. Ähm, wenn man sich auf einem Foto nicht gefällt, kann man dieses Foto einfach löschen. Und ein Video ist ja so ein Produkt, was man da selbst zu Hause nicht irgendwie neu schneiden kann. Deswegen finde ich es auch schön, wenn Videografen da so locker sind und sagen, okay, wenn du dir jetzt mal auf eine Aufnahme nicht gefällst oder so, werde ich diese Aufnahme austauschen. Ist es kein Problem. Natürlich möchte da kein Videograf alles neu, komplett neu umschneiden. Das ist schon super viel Arbeit. Ja, und, äh, das ist eigentlich, ja, das muss doch nicht sein. Also, wenn, wenn ihr da einen Profi bucht, könnt ihr euch da auch sicher sein, dass es, ähm, dass das Video euch auch gefallen wird. Aber, so, wir Frauen sind ja so, dass wir ja manchmal uns nur von einer Seite mögen und von der anderen nicht, ne? Das kann ja immer passieren. Ja. Und es ist auch schön, wenn die Videografen da auch das nicht als Beleidigung sehen, sondern einfach mal locker sind und sagen, okay, ähm, ja, wenn da mal was nicht gefällt oder so, werde ich ein paar Aufnahmen austauschen. Oder wenn ihr da keine, eine wichtige Person im Video einfach nicht findet oder so, weil ich versuche da schon mal alle Personen zu filmen, aber es passiert ab und zu, dass einige Personen, die dem Brautpaar eigentlich wichtig sind, so, ich weiß nicht, ein Bruder sich da einfach hinter den Menschen die ganze Zeit versteckt. Ähm, ich weiß ja nicht, wer da am wichtigsten ist. Am meisten sitzen die wichtigsten Personen immer zusammen neben dem Brautpaar, aber es kann schon mal passieren, dass so ein Bruder oder so oder ein Onkel irgendwo dahinter sitzt und ich kann ja da nicht beurteilen, dass diese Person da besonders wichtig ist. Ich filme schon mal alle Personen, ähm, zusammen, ne? Aber so, sodass ja, dass ich so eine große Aufnahme von jeden Personen machen kann, das kann ich nicht versprechen. Und, äh, in diesem Fall, falls euch da eine Person fehlt, äh, könnt ihr, könnt ihr da euren Videografen oder mich auch anschreiben und sagen, okay, uns ist jetzt mal diese Person wichtig, kannst du diese Person dann, vielleicht hast du diese Person dann groß einmal aufgenommen, das wäre toll, wenn, wenn die da auch im Video wäre und dann, äh, kann ich das auch tauschen. Also kleine Änderungen kann ich da vornehmen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, nicht schlecht. Also genau, ja, ein super, super Tipp. Cool. Ja, und was ich noch wichtig finde, dass man dann einen Vertrag mit dem Dienstleister unterschreibt, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann kann man da aus dem Vertrag auch nicht so schnell rauskommen und, ähm, ja. Ja, da könnt ihr einfach im Vertrag alles, alles festhalten und dann seid ihr euch auch sicher, dass der Dienstleister tatsächlich auch zu euch kommt und dabei ist und da werden auch alle Kosten geregelt und wie, welche Anzahlungen, wann und so weiter. Ja, und, ähm, ja, einem Dienstleister, der viel Geld für seine Dienstleistung nimmt, aber ohne Vertrag arbeitet, würde ich da auch nicht so vertrauen. Ja, das, ich, ich glaube, da haben auch viele Brautpaare so eine andere Denkweise. Also viele denken, ja, der Dienstleister will sich im Grunde genommen absichern, aber so ist es ja eigentlich nicht. Das Brautpaar sichert sich ja eigentlich im Grunde genommen damit ab mit dem Vertrag, ne? Ja. Also habt da echt keine Angst vor, vor Verträgen, ähm, fragt ruhig nach, das ist sehr, sehr wichtig für euch. Ja. Cool. Ich sehe schon gerade, wir sind bei 43 Minuten, ich würde sagen, wir machen einfach mit der Podcast-Folge einen Break, das waren schon super, super viele nützliche Tipps von dir, liebe Kira, dankeschön. Gerne. Und ich würde sagen, wir machen einfach einen zweiten Teil daraus, oder? Ja. Ja. Cool, denn ich habe noch ganz, ganz viele weitere Fragen an dich. Cool, ja, schön, dass ihr zugehört habt heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei eurer Hochzeitsplanung. Und ja, wir hören uns das nächste Mal bei Teil 2. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit der neuen Folge von Hochzeitstipps. Wenn es dir gefallen hat, freut sich Daniel über ein Abo. Für weitere Informationen rund um das Thema Hochzeit, besuche seine Homepage. www.darko-photography.de Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.